Ich höre dich jetzt, ja. Hallo, Kerstin! Wow, wir haben es geschafft! Hallo, hallo! So cool! Erstmal alle herzlichsten Glückwünsche zu deinem Geburtstag nachträglich! Oh, danke dir von Herzen! Ich hatte gestern endlich in Erfüllung gehen, aber da bin ich mir sicher, dass das tut. Das machen wir doch möglich, oder? Oder? So, Kerstin, erzähl doch mal, magst du mal kurz erzählen, wie zwei wir uns gefunden haben? Magst du das mal ganz kurz erzählen? Ja! Weil ich finde, das ist eine ganz coole Story und ich finde, das ist irgendwie, wie das Leben immer so spielt. Und es sieht erst grusig aus und dann geht ein Stern auf, oder? Das ist so verrückt, ja. Ja, also ich bin auch schon sehr lange Schülerin von Dr. Joe Dispenza und habe mich natürlich dann, als ich vor drei Monaten oder vier Monaten aktiver bei Facebook geworden bin, mich in deine Gruppe eingeschrieben. Und jetzt seit zwei Wochen ungefähr habe ich dann mal so gedacht, ich muss mein Unternehmen, mein Unternehmen heißt große Glücksmomente, ein bisschen so nach vorne bringen und poste überall und zeige mal, was so mein Mindset ist. Und dann habe ich bei dir auch Postings abgesetzt und war unbewusst. Ich habe eine unbewusste Tat getan, nämlich, ich habe ganz viele Hashtags darunter gesetzt. Und dann hast du mich, ja, Anfang dieser Woche, ne, was, vor drei Tagen oder so, angeschrieben und hast gesagt, das finde ich jetzt nicht so toll, dass du da jetzt so Werbung für dich machst, so mit deinen Hashtags und so. Und außerdem sieht das ja viel zu blöd aus, so viele Hashtags für, die genauso lang sind wie dein Text. Also das geht ja gar nicht. Und hast mir dann dieses tolle Interview angeboten als Pondor. Und dann hat er uns unterhalten und dabei kam dann raus, ja, dass ich eben, weil ich keine Ahnung hatte, einfach einer Information gefolgt bin, ohne darüber nachzudenken, was die bedeutet. Und da danke ich dir immer noch sehr für, weil mir nochmal klar geworden ist, wie schnell man auch so in diese Zahle tat. Ja, dass man so eine unbewusste Tat macht, die dann in diesem Fall eine tolle Folge hatte, nämlich, dass wir beide uns kennenlernen durften. Denn auch das wiederum war so lustig, dass ich halt so am Wochenende gesagt habe, ich will die Patrice, wir werden da gerne mal kennenlernen. Und dass es dann so schnell ging, da habe ich ja auch selber nicht wirklich. Wir sind ja immer die Schöpfer unserer Zeit. Genau, das geht ganz, ganz rasant, wenn man das wirklich will. Und eben zu diesen Hashtags wollte ich nur nochmal sagen, das war ja auch so, dann habe ich dir gesagt, Mensch, wieso glaubst du, dass du es überhaupt machen musst, oder? Und dann ist dir auch wieder bewusst geworden, was du da eigentlich geglaubt hast, dass du was machen musst, um präsent zu sein. Und dabei musst du ja nur präsent sein, um präsent zu sein. Genau. Und du machst ja auch ganz, ganz tolle Sachen, oder? Sag mal, was ist deine Mission, was ist deine Herzensangelegenheit, dass die, die dir zuschauen, jetzt auch wissen, was dich so bewegt? Ja, also mich bewegt und treibt wirklich eine Mission an, und zwar, wenn wir jetzt rausschauen in diese Welt, sind wir uns sicherlich einig, dass sie so wie sie ist, uns nicht so wirklich gefällt. Die Welt zumindest, die für alle gilt. Und ich habe das Gefühl, oder mein, das ist sogar schon mein Wissen, je mehr jeder weiß, welche Schöpferkraft er in sich zählt, wenn jeder weiß, dass er ein großartiges, machtvolles Wesen ist, dann verändert sich automatisch auch unsere komplette Welt, unsere Gesellschaft verändert sich, alles wird sich so verändern, dass wir das, was jeder sich im Grunde wünscht, Glück, Friede, Freude, Fülle, Liebe, Gesundheit und was da sonst noch zugehört, erfüllt sich dann von alleine. Und ich habe mich jetzt einfach auf den Weg gemacht, möglichst viele Menschen daran zu erinnern, welch großartige Schöpferwesen sie sind. Und möchte sie eben auch dabei unterstützen, diesen Weg für sich zu gehen und ihre Stolpersteine, diese vielleicht, wenn sie Ja dazu gesagt haben, mit auf dem Weg zu räumen. Genau. Und um diese Stolpersteine geht es, oder? Schritt für Schritt, die überhaupt erstmal aufzuspüren und zu sagen, oh, das liegt mir ja im Weg, das muss weg. Genau. Und du bist ja Profi selber in dem, dass du dir wie viel, 25 Jahre Beziehung, glückliche Beziehung kreiert hast. Ja. Und zwar total bewusst, von A bis Z, jeden Tag machst du das, oder? Ja. Da gibt es nichts Unterbewusstes, da bist du absolut Profi drin und hast dir deinen Ehemann einfach zu dem gemacht, was du jeden Tag haben willst, richtig? Genau, ich habe den Mann ins Leben gezogen, das heißt aber nicht, dass ich ihn nachfällig geformt habe, sprich, ich habe da nicht etwas draus gemacht, wie er sein soll, sondern er ist schon so ins Leben gekommen, dass er im Grunde schon perfekt ist. Und wenn jemand mir sagt, also es gibt nie den perfekten Menschen an seiner Seite, sagt ich, das stimmt nicht, ich habe ihn an meiner Seite, ich habe nichts auszusetzen, ich kann nichts finden, wo ich sagen würde, oh, da muss ich aber jetzt einen Kompromiss machen. Und ich glaube, das hat wirklich damit zu tun, dass ich mir im Vorfeld schon sehr, sehr bewusst gewesen bin, was ich will und wie dieser Mensch an meiner Seite sein soll. Und natürlich ist es so, dass man im Laufe von 25 Jahren miteinander da wächst, also dass sich da schon noch was verändert, aber auch das kreieren wir uns ja und mittlerweile kreiert sich das mein Mann genauso wie ich und das Schöne ist, es trifft sich halt immer so in der Mitte und ja, es ist einfach das Schöne. Also ich denke mal, was das Großartige, was du gemacht hast, ist, du hast ihn dir nicht schlecht kreiert, du hast quasi nicht deine ganze Story, deine ganzen Ängste, deine ganze Vergangenheit auf ihn drauf projektiert, sondern du hast da quasi einen Reinigungsprozess implementiert und warst immer bewusst, um zu sehen, was ist dein Scheiß, den du ihm quasi überstülpst oder auch nicht. Und ich glaube, das einfachere Teil ist, sich den tollen Mann zu bestellen oder zu manifestieren, zu kreieren und den auch schön zu lassen. Jeden Tag schön zu lassen und ihn nicht zu beschmutzen mit all dem Zeug und den Altlasten, die wir haben und ihn dazu zu benutzen als Oberinformant sozusagen, um die eigenen Sachen zu bearbeiten, aufzuarbeiten, loszulassen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Tipps, die man hier geben kann, weil ich spreche aus Erfahrung. Ich habe meinen Ex-Partner zu meiner Mutter gemacht, was mir auch sehr viel geholfen hat damals, also wo ich heute noch sinnlos dankbar bin dafür, dass ich das erkennen und sehen durfte, was da abläuft in mir. Diese immer wiederkehrenden Muster, oder? Die man sich immer wieder auftischt. Und solange man die nicht erkennt, dann kommt ein Mann, sieht einfach nur anders aus, riecht vielleicht ein bisschen anders, hat einen anderen Job, aber letztendlich machen wir immer wieder den gleichen Braus. Ja, ist so. Und die Empfehlung ist, macht den Besten Braus. Jeden Tag. Sucht euch alles raus, was ihr, ich habe immer gesagt, es ist wie eine 100-Punkte-Liste, schreibt wirklich alles auf, was man möchte, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was man überhaupt möchte. Denn das ist ja die Größe, das ist mir egal, der soll nur nett sein, der soll nur lieb zu mir sein. Das reicht ja nicht. Ich meine, das ist ja ein Gummibegriff. Was heute lieb und nett ist, kann morgen schon doof sein. Und sich aber wirklich mal im Detail zu überlegen, Mensch, was brauche ich denn für mich? Also was für einen Menschen möchte ich an meiner Seite haben? Wie soll der mit mir umgehen? Wie soll der auch aussehen? Weil ich sage mal, selbst aussehen zählt in gewisser Form, weil ich den ja den Rest meines Lebens angucken will. Und wenn ich doch die Wahl habe, dann kann ich mehr auch malen. Und damals war es eben so, dass meine Familie immer gesagt hat, oh, dein Mann muss mal backen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mal, welche Zutaten ich dafür nehme. Genau. Und dann am besten noch Bio, oder? Bitte? Am besten noch Bio. Ja, natürlich. Oder höchste Qualität. Ja, das ist mega cool, weil jetzt sehe ich gerade, dass da Klaus zuschaut. Bei dem habe ich ihn eingeladen, zu unserem Interview. Weil der nämlich ja gesagt, er hat mir mal gesagt, es ist alles super und er hat sich eine Gesundheit kreiert. Er hat alles total im Griff, aber er regt sich noch wahnsinnig, Klaus, schreib mir, wenn ich das falsch sage. Er regt sich noch wahnsinnig darüber auf, über die Politik, über die Politiker, über den kommenden Impfzwang, der angedroht wird. Und da hat er irgendwie noch das Gefühl, da ausgeliefert zu sein, respektive als einzelner Mensch diesbezüglich nicht viel tun zu können. Und wird halt immer noch wütend und verliert seine Gelassenheit. Ja, da haben wir auch drüber gesprochen in unserem Vorgespräch. Ja, Kerstin. Ja, kannst du mal sagen, was da eigentlich unsere Ansicht ist diesbezüglich? Ja, ich meine, das wissen wir, oder ich weiß es sehr gut, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es gab schon auch einen Lebensabschnitt bei mir, der auch, ich sage jetzt noch mal, gar nicht so lange her ist, vielleicht maximal zwei Jahre, wo ich mir auch Angst habe machen lassen von der Welt da draußen, die uns, ja, scheinbar alles aufoktroyiert und wir haben keine Chance. Das heißt, dass ich mich ohnmächtig gefühlt habe, dass ich wütend darüber war, dass es so ist, bis ich überhaupt aufgekommen bin. Hallo, halt, stopp. Das ist ja in mir. Wir sind ja Teil von allem, was ist. Das heißt, wenn ich meine Haltung verändere, wenn ich mir bewusst werde, dass ich wirklich ein Schöpfer bin, dann haben diese Dinge alle keinen Raum. Wenn wir noch mehr Schöpfer werden, wenn wir wirklich so viele wie möglich Menschen in dieses Boot holen, dass sie auch erkennen, dass sie Schöpfer sind, dann hat niemand Macht über uns. Wir brauchen nie wieder Opfer von irgendwelchen Gesetzesentwürfen oder sogar schon abgepackten Gesetzen sein, weil wir es uns kreieren können, dass wir alle in Liebe und in Frieden zusammen sein können. Selbst Krankheiten, diese Masernpflichtimpfungen, bräuchten ja dann gar nicht mehr stattfinden. Ja, und vor allem ist es ja wirklich so, dass auch im großen Rahmen, wovor wir Angst haben, das kommt und passiert und uns mit dieser Energie verbinden und das ablehnen, oder? Diese ganzen Sachen, ja, wir müssen protestieren gegen und wir verbünden uns gegen. Und das ist im Prinzip überhaupt kein Verbünden gegen und gar keine Kraft gegen, sondern das gibt die Kraft der Aufmerksamkeit genau dem, was wir nicht wollen. Und das Einzige, was wir tun können, ist wirklich die Kraft drauf zu legen, auf Eigenverantwortung, jeden Menschen in der Eigenverantwortung zu sehen, jeden Menschen gesund, heil, ganz zu sehen und eben auch unsere Umwelt so zu sehen, sodass es gar keinen Platz hat, für die Politiker irgendwelche solche Gesetze oder Zwänge loszulassen, weil die kommen gar nicht auf die Idee, weil diese Energie gar nicht existiert. Also da können wir uns echt bewusst sein. Das hat nichts mit Ignoranz zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir überzeugt sind, dass immer mehr Menschen in diese klare, starke Eigenverantwortung gehen und in höheren Emotionen, die das Bewusstsein sozusagen bereinigen und eben auch das Bewusstsein von Politiker. Ja, und gut, dass du das Stiefwort nochmal gegeben hast. Eben diese Tatsache, wenn wir gegen etwas sind und wir wissen, dass das Gesetz der Anziehung funktioniert, und zwar immer, dann verstärke ich ja nur das, wo ich gegen bin. Und die Politiker freuen sich, wenn da irgendwelche Anti-Trallala-Demonstrationen sind, weil letztendlich bestärkt es ja sie in der Energie. Wenn wir aber auf die Straße gehen würden, für Frieden zu sein, für etwas zu sein, hätte das eine ganz andere Qualität, die eine viel größere Macht hätte, diese Dinge zu neutralisieren und aufzunehmen, oder? Ja, aber du musst gar nicht auf die Straße gehen, sondern einfach nur in deinem Umfeld diese Überzeugung zu haben, das Perfektion in jedem energetischen Bündel, das dir begegnet, zu sehen und zu spüren. Und diese Energie, je mehr wir die reingeben in unser Leben, von uns ausstrahlen, desto weniger hat zur Zeit Platz. Und desto weniger schafft auch die Politik, oder kommen auch solche Politiker an die Macht, die solche Sachen verfolgen. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie Macht dann irgendwann mal noch interessant ist. Weil wozu brauchst du Macht, wenn du sowieso alles haben kannst? Ja, genau. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein, es ist total sinnlos. Manipulieren, zu kontrollieren, total sinnlos. Wenn du rausgehst aus dieser Materie-zu-Materie-Geschichte und im Bewusstsein, im Feld, dort wo alles ist, die Aufmerksamkeit längst, ich meine, wieso willst du deine Zeit beschwenden und irgendwelche Leute anrufen und sie überzeugen und bequatschen? Richtig. Ja. Sinnlos. Ja, das ist völlig sinnlos. Genau, es kostet einfach dann nur unnötige Energie, die ich lieber dann wieder daran stecken würde, mich mit dem Feld zu verbinden. Ja, und einfach mit dieser Klarheit und meinem Verstand darauf zu trainieren, dass er eben weiß, worauf er sich fokussieren muss und dass er sich nicht darauf fokussieren muss, auf die Dinge, die er ablehnt, sondern sofort zu sagen, oh, hier bin ich aber gerade was am ablehnen, was will ich denn stattdessen? Und das ist ein Moment-zu-Moment-Job sozusagen, bis es ein Autopilot wird, wo dann gleich sofort, oh, übles Gefühl, ich glaube, ich gehe in die falsche Richtung. Oh, ich glaube, ich habe mich verfahren. Und eigentlich hört sich das so leicht an, aber es braucht halt Übung, oder? Absolut. Also, haben wir ja jetzt wieder gesehen, man hat auch seine unbewussten Anteile, das ist wohl jetzt alles schon soweit geklärt. Oh, da will einer was sagen. Ja, 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 Seja, 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 Seja. Die Nachbarn. Ich habe mich auch was sagen. Seja, komm mal, Seja. Seja, Seja, komm her. Seja. Ich gehe mal, ich gehe mal in das Haus weiter. Noch mal in das Haus. Sollte die Nachbarn so verbellen, wenn sie möchte. Mir dann auch egal. Ja, was ich dich noch fragen wollte, Kerstin, ist nämlich, was sind deine Tipps, was sind deine Tools, mit denen du am meisten mit dir selber und auch mit deinen Klienten arbeitest? Weil das interessiert, glaube ich, auch immer. Meditation, das wissen wir alle, oder? Ja, Meditation ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Also zumindest erst mal sich auch über den Atem zu beruhigen. Also, dass du wirklich spürst, dass du in deinen Körper kommst. Weil das war für mich auch am Anfang ja, neu. Wenn man einfach immer nur so im Außen unterwegs ist, kriegt man es manchmal überhaupt nicht mit, dass man sich so zerstreut. Und um seine Energien wieder zurück sich zu holen, ist erst mal der Atem unglaublich wichtig. Was ich aber auch, muss ich jetzt mal so sagen, jeden Morgen mache, also wenn ich aufwache, dann lächle ich erst mal eine Minute. Das habe ich irgendwann mal vor Jahren bei der Vera Birkengiel im Video gesehen und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Und das ist so unglaublich, was passiert. Also, egal wie, welche Situation kommt, wenn sie irgendwie unangenehm ist und du lächelst wirklich, also konstant 60 Sekunden, dann bleibt gar nichts anderes mehr übrig, als dass das alles wieder gut ist. Und deswegen habe ich mir das dann als Übung für jeden Morgen auferlegt. Und das ist also sehr wirksam. Kommt jetzt aber auch automatisch, oder? Ja, genau. Irgendwann wird es zur zweiten Natur. Ja, genau. Auf das kommt es ja auch drauf an. Richtig. Und das ist eben dieses, auch natürlich die ganzen Übungen, die Dr. Joe Dispenza lehrt. Ich kenne Dr. Joe Dispenza noch aus ganz frühen Jahren, wo er noch bei Ramtha Teacher war. Da habe ich ihn schon kennengelernt. Und deswegen, ich verfolge die Übungen, die er lehrt, schon sehr lange. Und das ist einfach toll, wenn man sich der Dinge bewusst geworden ist, die er eben auch aufgearbeitet hat für den Verstand. Also, ich bin von Haus aus ein Ingenieur. Ich bin von Haus aus ein absoluter Techniker gewesen. Einer, der nur mit dem Kopf gearbeitet hat und jetzt eben auch Kopf und Herz zusammengebracht hat über diese Meditationen, über diese Erklärungen, die das dann sofort abgesegnet haben. Ja, okay, das passt, das passt, das passt. Und das macht es mir auch oft sehr leicht, es Menschen dann rüberzubringen, die da auch noch ein bisschen daran zweifeln, dass sie wirklich der Schöpfer sein können. Und ich glaube, das ist eben das Allerwichtigste, weil jeder hat ja einen individuellen Verstand. Das ist ja eigentlich das einzige Individuelle an uns, oder? Genau. Der Rest ist ja alles gleich. Bewusstsein, Gott, göttlich, Seele, wie man das nennen möchte. Aber unser Verstand ist das, was uns individuell macht. Und deswegen brauchen wir auch unseren individuellen Approach, den wir uns erlauben zu haben, um mit dem Ding da oben umzugehen. Wir müssen ja erstmal wissen, wie tickert denn der, was braucht er für Informationen, damit er Anweisungen annehmen kann. Annehmen, genau. Dass er nicht direkt so bockt und sagt, die mache ich nicht, sondern dass er sich öffnet und sagt, na okay, ich probiere das mal aus. Und dass er eben auch, dass man durchkommt, durch diesen Verstand, durch diese unendlich vielen alten Glaubenssätze, die man sich aufgebürdet hat, auch die ganzen Verhaltensmuster, die man sich angeeignet hat, nur um sich eine Identität zu geben, nur um irgendwer zu sein. Und das ist eben jetzt eine neue Art, auch mit den Informationen, die Dr. Joe Dispenza liefert, zu sagen, ich gehe in das Nichts. Ich lege alles ab. Ich werde wirklich zu niemand. Und ich erfinde mich neu. Ich bin nicht Wichtige. Es ist auch ganz egal, was ich jemals gemacht habe, wie es mir gegangen ist. Selbst mein Weg ist unwichtig. Wichtig ist doch, was ich jetzt für meine Zukunft will. Alles andere ist egal. Und das ist so toll, wenn man sich dessen gewahr wird, dass wirklich nur das Jetzt existiert. Nur das Jetzt. Und da unendlich viele Potenziale drin sind. Und wenn der das, der da oben auch mal versteht, dann hört er auf, immer die Storys auf Wiedervorlage zu legen. Oder dann hört auch das Unterbewusstsein, beruhigt sich und sagt, okay, das ist kein Nutzen. Ich muss mich nicht, ich muss dich nicht sichern. Du bist sicher. Alles klar ist gut. Jetzt können wir in die höheren Emotionen, Erlebnisse, höhere Erlebnisse, höhere Emotionen, höhere Begegnungen. Es wird einfach alles höher. Ja. Und schöner und lustiger. Und das finde ich fantastisch, wie man das, man kann es einfach machen, oder? Ja. Und deswegen habe ich auch große Glücksmomente gewählt, natürlich gewählt, weil Glücksmomente sind ja hier, ich höre Vögelchen zwitschern und rieche eine Rose. Aber das meine ich ja gar nicht. Für mich sind große Glücksmomente wirklich der Dauerzustand, wo du nämlich an diese Stelle kommst und wirklich immer glücklich bist. Dass das möglich ist, hätte ich ja früher auch nie geglaubt. Aber das ist möglich, weil wenn du über diese Identität hinaus gehst und wirklich zum Schöpfer deiner selbst bist, dann kann ja nichts passieren, was dich unglücklich macht. Oder vielleicht einen kleinen Moment, machst du so einen Rauche und dann weißt du, okay, alles klar, ich schwimme wieder hoch. Genau, aber es muss dich ja nicht unglücklich machen. Und deswegen weißt du es, je weiter du ja voranschreitest, merkst du auf einmal, okay, das war jetzt keine angenehme Situation, aber, und das ist so eine Übung, die ich auch immer wieder gerne vermittel, ich sage immer, sollen in einen Heißluftballon steigen. Ja, und der Ballon selber ist das Bewusstsein. Und je mehr Bewusstsein in diesen Ballon gepumpt wird, umso höher steigst du und du wirfst deine Emotionen, also diese Decke von diesem Ballon einfach ab und du steigst nach oben, nach oben, nach oben. Und wenn du deine Situation immer von oben betrachtest, als Beobachter und nicht als Betroffener, der emotional sie verstrickt fühlt, dann siehst du auf einmal auch die Schönheit. Du siehst, wie alles zusammengekommen ist, warum die Situation entstanden ist, wie sie entstanden ist, was dein Anteil war und dass dieses Gesetz der Anziehung wirklich wahr ist und dass du diese Situation auch so kreiert hast und dann, ja, dann geschieht irgendwie auch dieses Wunder, dass du diese Gelassenheit annehmen kannst und du weißt, jetzt habe ich die Wahl. Will ich das noch? Oder will ich es nicht mehr und kreiere mir was anderes? Denn wenn ich mir das kreieren konnte, kann ich mir auch jegliche andere Situationen kreieren. Das ist das Wichtigste. Das ist die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich habe mir einen Scheiß kreiert. Ja. Alles klar. Aber dann weiß ich, in die andere Richtung geht es auch. Genau. Und das ist auch für mich immer wieder Motivation. Wenn da irgendwas ist, was mir nicht gefällt, dann sage ich, ja gut, aber anders geht es ja auch. Ja. Und die Diana fragt gerade also der Ego. Also, ja, wer ist denn der Ego? Machst du was dazu sagen, wer der Ego ist, die Ego? Der oder das Ego, ja. Ich kann jetzt nur meine ganz persönliche Definition dazu sagen. Also, für mich ist das die menschliche Identität, die da immer wieder reingrätschen will. Und solange ich mich nicht in mein Ich-Bin, so nenne ich diesen göttlichen größeren Anteil, also ich habe mir irgendwann mal so ein Bild ausgeschnitten, was ich total schön fand, was wirklich zeigt, dass ja unser göttlicher Anteil viel größer ist als dieser Körper und dass wir eher ein Teil dieses Bewusstseins sind und nicht das Bewusstsein in uns ist. Also, das ist jetzt hier nicht irgendwo klein versteckt, sondern wir sind quasi in diesem Bewusstsein, ein kleiner Mini-Teil und das Bewusstsein nutzt diesen Körper jetzt, um Erfahrungen auf dieser Welt zu machen, einfach Spaß zu haben, alles zu erleben, was er erleben möchte. Und das Ego hindert uns einfach daran, weil das Ego aus meiner Sicht so gebildet worden ist, dass er durch die Glaubenssätze, durch die Erziehung, durch Erlebnisse, Erfahrungen, die man im Leben unbewusst gemacht hat und sie nicht bewusst reflektiert hat, eben eine Identität, ein Ego gebildet hat. So definiere ich Ego. Ja, oder einen Teil der Identität, den du unbewusst angenommen hast und meinst, du seist diese Identität. Oder so, ja. Aber du musst diese Identität ja gar nicht als Teil deiner selbst annehmen, sondern du kannst jeden Moment entscheiden, was deine Identität ist. Und diese Entscheidung ist Freiheit. Das ist grenzenlose Freiheit, wenn du entscheidest, wer du bist und wie du reagierst, oder? Und ich habe gerade hier noch ein paar Fragen. Die Gabriele hat eben gefragt, das ist in Extremsituationen, wenn jemand verunglückt oder so. Die habe ich doch nicht selbst kriegt. Was ist denn dann mit den Emotionen? Das ist immer eine ganz, ganz heikle Frage. Aber meine krasse Antwort ist, dass es auch dort keinen Unterschied gibt. Es hört sich vielleicht herzlos an oder übel. Und ich bin Gottes dankbar und froh, dass ich persönlich noch nicht in so einer Situation war. Genau der großen Trauer oder so etwas. Aber ich bin der Meinung, dass auch hier nur das Zurück zu dir selbst hilft, mit dieser Situation umzugehen und das größere Bild des Lebens zu verstehen. Und ein wirklich gutes, festes Lebenskonzept für sich zu entwickeln und zu sagen, was heißt Tod überhaupt? Was heißt Sterben überhaupt? Was heißt das? Und dort ein Konzept zu entwickeln, das ein Erkenntnis, dass es nichts Schlimmes ist. Und die Trauer ist tatsächlich nur diese materielle Trennung. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Ja, ich kann das nur unterstützen, auch wenn sich das krass anhört. Das hat sich bei mir auch extrem vor Jahren verändert. Da habe ich mal eine Seelenreise machen dürfen und habe halt gesehen, dass Seelen sich eben auch verabreden hier auf der Erde, um sich gegenseitig auf ihrem Weg zu unterstützen. Wenn man vergessen hat, was man eigentlich hier erleben und erfahren wollte. Und unter Umständen gehören diese Dinge einfach auch dazu. Und andererseits muss man auch sagen, es gibt ja auch Kulturen, wo der Tod gefeiert wird. Ja, da wird eine Riesenparty gemacht, weil diese Kulturen wissen, dass der Tod ja kein Tod ist, sondern es geht ja weiter. Ich meine, wir gehen ja zurück in unser Bewusstsein und dann sind wir quasi von diesem sehr materiellen Körper befreit. Im Grunde ist das ja ein Geschenk. Was die Trauer ausmacht, ist natürlich der Verlust, wenn dieser Mensch nicht mehr bei uns ist. Und da fehlt natürlich was. Das ist ganz klar, dass das erst mal ein unangenehmes Gefühl ist. Aber ich habe es einmal erlebt. Und da muss ich sagen, in dem Fall ist es so wichtig, für sich ein Leben zu kreieren. Eben unabhängig auch vom Partner zu sein. Und wir haben ja eingangs gesagt, ich bin seit 25 Jahren mega glücklich mit meinem Mann. Aber auch da habe ich schon mal so Anwandungen gehabt, wie ich mit sowas umgehen würde, ob mich das treffen würde. Einfach nur, um dieses Gefühl für mich klar zu bekommen, dass ich weiß, ich bin einfach nur dankbar für die Zeit, die ich hatte. Und das ist das, was auch überbleibt. Die Zeit, die ich habe und die ich hatte. Und deswegen kann ich auch jeden Moment noch mal dankbar annehmen. Ja, und sich halt auch wirklich von Bedingungen unabhängig zu machen. Das ist der einzige Weg zur Freiheit, dass man sich wirklich löst von diesen Vorgaben, die man hat, wie Dinge sein müssen, damit man glücklich sein darf. Und diese bedingungslos glücklich zu sein, sich das zu erlauben, auch wenn, sag ich mal, woanders Misere oder schlimme Dinge passieren, dann, das ist so wichtig, denn dadurch erhöhen wir die Energie. Dadurch strahlen wir eben die Schöpferenergie aus und andere können sich da eintunen. Und Elend wird weniger. Also es hört sich blöd an, aber je mehr Menschen glücklich sind, desto weniger wird das Elend auf dieser Erde. Das ist einfach mal so, das ist Gesetz. Ja, das ist richtig. Und Trauer ist ja auch nun mal eine tief schwingende Emotion. Und die Frage ist eben, wie schnell kann ich mir diese Emotion auch für mich selber, also gar nicht mal für die anderen, sondern für mich selber ja umswitchen, weil es ist ja kein angenehmes Gefühl. Und wenn man bedenkt, dass ich jede Sekunde ja selber tot umfallen könnte, muss ich doch schauen, dass ich mein Leben auch jede Sekunde mit guten Emotionen fülle. Und wenn man da auf die Mission geht, sich wirklich umzuschauen in seinem eigenen Leben, Mensch, was sind meine Themen, welche Themen blockieren mich, welche machen mich unglücklich, dann muss ich mir einfach überlegen, wie lange will ich das noch mitmachen. Ja, kann ich es mir nicht anders gestalten, dass ich selber damit glücklich bin. Und was mir auch aufgefallen ist in dem Zusammenhang, dass halt die Erwartungen, wie man eben zum Beispiel auch mit einem Tod umgeht, von der Gesellschaft sehr stark sind. Ja, also ich, wenn du jetzt nicht weinst und wirklich jetzt eine Trauerphase mitmachst und so weiter, dann wirst du ja schon drauf angeguckt. Das ist so verrückt, ja. Also anstatt eben das auch gut zu heißen, wenn man sagt, Mensch, super, wie du damit jetzt umgehst und dass du deine Kraft nicht verlierst und die Menschen dabei unterstützt, sagt die Mainstream noch, das geht ja gar nicht, also ein bisschen trauern müsstest du ja schon noch. Das muss sich ändern, weil wenn diese Energie sich komplett umswitcht, dann haben wir eine bessere Welt. Ja, und wir können es jeden Moment transformieren. Und alle, die das jetzt anschauen und die zuschauen, sind so wichtig und sind so wichtig, um wirklich die Energie insgesamt im Kollektiven zu erhöhen. Und da geht es, das ist toll, diese Gemeinschaftsmeditationen und alles, das ist super, super toll, aber wir haben so viel mehr Zeit am Tag, erhöhte Energie in das Feld reinzuschmeißen. Wir haben eben wirklich jeden Moment Zeit dafür. Und wenn das jeder in so vielen Momenten wie möglich macht, dann ist es viel, viel mehr, überlegt euch das mal, so viel mehr wie weltweite Meditationen. Und das hat dann keine Einschränkung. Und wir gehen so schlafen in dieser Energie. Und wenn wir schlafen, sind wir immer noch ein Sender für Glücksmomente und Glücksenergie. Da machen wir was. Da haben wir Einfluss. Und was ist denn wichtiger? Und jeder von uns hat diesen Einfluss, egal was er für einen Job macht oder wo er ist, weil der Job muss eh gemacht werden. Und solange du dich noch nicht von dem Job befreien kannst, den du nicht gerne machst, eigentlich versuche trotzdem, die Glücksmomente zu finden bei dem. Das ist einfach das A und das O. Und jeden Moment haben wir Zeit, das beste Leben unseres Lebens zu kreieren. Und wir sollten so viele von diesen Momenten dafür nützen, es zu tun. Richtig. Richtig. Ja, es gibt für mich auch keinen Spielraum. Weil nur dann kreieren wir uns ja wirklich das Leben, was wir wollen. Es will doch jeder dauerhaft glücklich sein. Es will doch jeder gesund und munter sein. Es will jeder in Fülle leben. Und das sind Geburtsrechte, die sind ja da. Ja, du und ich haben vielleicht eben schon daran geschnuppert. Wir haben es ja schon erlebt, dass es so ist. Ja, jeder hat schon mal daran geschnuppert. Wir müssen uns immer nur wieder erinnern. Und dadurch auch, wir dürfen tatsächlich hier unseren Verstand, ich sage es nochmal, wir sollten lernen, den dazu zu nutzen, dass er uns als GPS dient. Und zwar in die Richtung, in die wir gehen wollen, die wir da eingeben. Und nicht immer wieder zulassen, dass er seine eigenen Wege einschlägt und zurück in die Vergangenheit geht, weil er den Weg kennt. Genau. Wir müssen dem GPS lernen, sich mit dem Satelliten zu verbinden, so dass er weiß, wo die Zukunft ist und wo wir hinwollen. Und nicht irgendwie mit dem Weg, den er bis dahin kannte, sagen, oh ja, nein, 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 da gehe ich nicht hin. Da kenne ich nicht. Komm, wir gehen lieber wieder zurück, da kennen wir es. Hallo? Würdet ihr nicht alle so einen scheiß GPS aus dem Auto schmeißen? Also schmeißt da den Oberverstand, der es noch so tickt. Dann könnt ihr auch mal auf Reset drücken, Software Upload, permanent erneuern, erneuern, erneuern. Und schon haben wir ein geiles GPS, das uns zu Glücksmomenten und zu einem Leben ohne Bedingungen führt. Oder zu einem Well Feeling von meinem super neu kreierten deutsch-englischen Wort. Ja. Ja. Richtig. Ja, liebe Kerstin, ich denke, wir kommen zum Schluss. Ja. Wenn einer noch eine dringende Frage hier hat, kann er die schnell unten reinposten. Ich warte noch einen kleinen Moment. Die Kerstin könnt ihr finden. Wie gesagt, sie ist bei uns in der Gruppe. Ihr könnt ihr Kontakt aufnehmen, ihr Nachrichten schreiben, auch unter dieses Interview, wie immer. Nachträglich noch interagieren und Fragen stellen, etc. Very, very welcome. Ja, jetzt sehe ich hier nichts mehr, ist nichts mehr gekommen. Auf diese Art und Weise, denke ich, können wir uns verabschieden, liebe Kerstin. Das war wunderschön, dich kennengelernt haben. Vielen Dank für diese Gelegenheit. Es war mir ein Fest mit dir, dieses Interview durchzuführen. Das war ganz toll. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Dankeschön. Es geht mir genauso. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir werden sicher in Kontakt bleiben. Gell, Kerstin? Sicher. Sehr gerne. Alles klar. Dann sage ich mal, schönen Abend noch. Tschüss. Einen auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Ciao, ciao. Danke euch auch fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.